Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. In diesem Video erfährst du die drei wichtigsten Softwareprogramme, die du als Handwerksbetrieb unbedingt brauchst. Los geht's! So, das Thema Digitalisierung ist ja in aller Munde und als Handwerksbetrieb arbeitest du wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle immer noch mit Stift und Zettel und physischen Hängeordnern, in denen die Kundendaten sind. Und in diesem Video möchten wir dir mal zeigen und erklären, welches eigentlich die wichtigsten Softwareprogramme aus unserer Sicht sind. Wir betreuen ja hunderte Handwerksbetriebe sehr eng und wissen sozusagen, welche Programme dort einfach auch effizient steigern. Das heißt, dass man eben weniger Kommunikationsaufwand hat, dass weniger Fehler passieren und dass eben auch Kosten dadurch eingespart werden können. Und ja, ich bin hier wieder mit dem Alex mit dabei. Ja, willkommen erst mal. Ja, genau. Und ja, lass uns vielleicht mal direkt rein starten. Was würdest du sagen, was sind so die wichtigsten Software-Tools? Ja, man kann im Grunde alles digitalisieren. Bei manchen Sachen ist es sinnvoll, aber bei anderen weniger sinnvoll. Und wir können ja mal einfach den Lifecycle vielleicht von vorne bis hin durchgehen von dem Kunden. Das geht natürlich mit einem sogenannten CRM los, also Customer Relationship Management, was im Endeffekt eine Software ist, um Vertriebsstrukturierter hinzubekommen, Vertriebsmessbarer hinzubekommen und auch irgendwo skalierbar hinzubekommen. Das heißt sozusagen, sobald sich jemand bei dir meldet, entweder kommt der in Betrieb rein und sagt hier, ich hätte hier Interesse an einer Haustür, an einem Terrassendach, an einer PV-Anlage und so weiter. Dann ist natürlich die Frage, was passiert jetzt mit diesem Interessenten? Schreiben wir uns den Namen jetzt auf ein Blatt Papier, tragen wir den einen in ein Software-System, vielleicht hast du da auch schon ein System. Oder aber auch, was passiert, wenn sich jemand über die Internetseite bei euch meldet? Landet der dann im E-Mail-Programm oder wo landet der dann, sobald er diese Anfrage gestellt hat? Und das ist natürlich da wichtig, dass man diese ganzen Informationen, die man auf dem Weg bis zum Abschluss und auch danach im Idealfall, dass man die natürlich an einem Ort hat. Warum? Weil ich will natürlich auch, wenn ich vielleicht mal unterwegs bin oder jetzt nicht im Büro bin, will ich alle Infos an einem Ort haben und aber auch meine Arbeitskollegen, die wollen natürlich auch alle Informationen zu dem Kunden haben. Wenn ich mir zum Beispiel aufschreibe, mir den Namen und die Informationen auf den Zettel schreibe und das liegt auf meinem Schreibtisch, dann hat natürlich meine Kollegin, mein Kollege im Büro nicht die gleiche Information. Was wir halt haben wollen, ist, dass wenn der Kunde im Büro anruft, dass ich einfach irgendwo ins System gehen kann und dann direkt sehen kann, was will der, woran hat er Interesse, was ist vielleicht sein Investitionsvolumen auch, was wurde schon mit dem Kunden besprochen und so weiter. Und diese Infos, die will ich natürlich strukturiert dann sehen können und das soll jeder Mitarbeiter in der Firma auch eigentlich oder der dafür zuständig sein könnte, sehen. Ja, es hilft auch letzten Endes einfach dabei, dass man, wenn ein neuer Vertriebler dazukommt, ihm eine gute Struktur in die Hand geben kann, dass er genau weiß, okay, wenn ich ein Angebot rausschicke, dann kann ich das nach dieser Mail-Vorlage machen. Wenn ich einen Kunden anrufe, dann verwende ich dieses Skript zum Beispiel. Wenn ich mit einem Kunden gesprochen habe, muss ich die und die Daten ins Systeme eintragen, dass auch neue Leute sich nicht erst über 20, 30, 40, 50, 100 Fehler einlernen müssen, dass man ihnen alles erklärt werden muss, sondern dass es wirklich so ist, dass auch eine neue Person direkt weiß, wie sie arbeiten soll und wir von Anfang an auch wirklich messen können, wo hat er denn seine Stärken oder seine Schwächen im Vertrieb und wo müssen wir aktiv nachschulen, damit er besser wird. Das Ziel ist natürlich auch, den Leuten eine möglichst gute Arbeitsumgebung zu schaffen und das habe ich auch in der Software viel eher als mit einem Hängeordner oder mit einer Mappe, die rumgeht, wo ich halt nicht genau weiß, okay, wo liegt es jetzt bei der Einwandbehandlung, erklärt er die Benefits, die Features, was auch immer nicht gut, kann er den Preis nicht so gut anbringen, das kann man ja genau messen bei einem CRM, an welcher Stelle dann der Abbruch stattfindet. Und ja, aus dem Aspekt ist das sicherlich eins der wichtigsten Tools, da gibt es verschiedenste Lösungen, die man nutzen kann, also im Endeffekt, ja. Ja, es gibt verschiedene Player, ein gutes System ist zum Beispiel Umsatz.io, kann man sehr gut nutzen, ansonsten gibt es da verschiedene Branchenlösungen, auch jeweils, die man verwenden kann, wie gesagt, da gibt es eigentlich auf dem Markt verschiedene Lösungen, die man nutzen kann. Ja, genau, wichtig ist halt, dass es zum einen diese Möglichkeit gibt, dass man wirklich so in Phasen durchläuft, also wenn das die Software nicht bietet, dann kannst du schon vergessen, dass man wirklich sagt, okay, ich habe halt einmal Anfrage eingegangen, wurde kontaktiert, hat Termin, Vorgespräch, hat Termin, Hauptgespräch, hat Angebot vorliegen, dass ich halt genau weiß, wer ist in welcher Phase, dann muss ich eine reibungslose Dokumentation sehen können, ich muss also sehen, wer hat was, wann, wo, wie dazu geschrieben, sodass ich auch sehen kann, okay, der Max Mustermann hat jetzt den bearbeitet und die Erika Mustermann hat den auch bearbeitet, wer hat denn was gemacht davon, das muss ich sehen können, auch über eine Historie sehen können und nicht, weil der Max mir das erzählt, sondern weil ich es im System wirklich sehe. Ja, ja, da muss ich halt die Möglichkeit im besten Fall auch darüber direkt anzurufen, wenn das über das CRM nicht geht, ist auch nicht mehr so ideal, weil ich will natürlich, gerade wenn ich Leute anrufe, die schon mal bei mir sich gemeldet haben, aber irgendwie Termine nicht geklappt, da habe ich dann viele irgendwann von und wenn ich die jeden Tag anrufe, kommt immer wieder Umsatz raus, aber das schaffe ich gar nicht, wenn ich die alle eingebe, die Nummer. Also, du hast da verschiedene Möglichkeiten und wir werden es auch so machen, wir werden diese Videoreihe in drei Videos teilen, das wird wirklich so sein, dass wir in jedem Video einen Bereich erklären jetzt, das heißt, das ist jetzt der Bereich, wo es um Vertrieb geht, im nächsten beiden Bereich erklären wir noch zwei weitere Bereiche, die auf jeden Fall in der Software bestärkt sein sollten in deinem Betrieb. Ja. Zum Thema Digitalisierung, ja, da reden wir den ganzen Tag gerne drüber, das machen wir super gerne mit euch und ja, dementsprechend kannst du dich da einfach melden, dann können wir da auch drüber sprechen. Genau. In diesem Sinne, ja, wenn du das Ganze interessant gefunden hast, dann gib dem Video gerne einen Daumen hoch, das zeigt uns natürlich immer, dass das ja auch gut ankommt bei euch. Ansonsten, wenn du Fragen hast, melde dich auch gerne in den Kommentaren und ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Video. Bis dann. Bis dann. Ciao.